äh, das ist nämlich neu wusstet ihr ja nicht, dass es geht? egal seht ihr jetzt schon? ist es da? aber für was ist es da? warum machen die sowas? natürlich guck ich nach, was hier oben ist da wollte ich euch so zeigen hohoho, schaut mal hier, was ich hier habe äh, das ist hier bloß hier cliffhanger hier immer schön auf den sauerstoff achten der hier halten muss, stimmt insekten yes jetzt wären wir auch noch totgestochen wie geil ist denn das? super drohen Problem was war denn das? was war zum Essen? ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter mit mir den Kabin äh, bin hier an der Absturzstelle und zwar in diesen Canyon äh, hier sind Sachen passiert deswegen schalte ich mal kurz rein ich wollte eigentlich hier das halt offline durchsuchen aber ich hab ein paar Sachen also kommen sie mal bitte mit äh, das ist nämlich neu wusste ja nicht, dass es geht woher denn? oh, Moment mal das ist eine Kiste? ist da was? so ist Material das habe ich jetzt schon so eingekramt real ah, seht ihr das schon? äh wie gedacht naja, gut ist es da? aber für was ist es da? dann habe ich so gekickt naja ist ja nicht umsonst da hochklettern kannst du hier hochklettern aber warum kannst du hier hochklettern? warum kann man hier hochklettern? äh? versteht ihr den Sinn? ich sehe hier nämlich gerade nichts du hast hier eine Ranke? kannst du hier hochklettern? ist hier irgendwas drin? hier oben? da kannst du auch hochklettern warte jetzt doch warum machen die so was? ups oh, 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 oh ui, ui, ui natürlich gucke ich nach was hier oben ist aber das kann doch nicht jetzt hier für vielleicht naja, okay aber das führt sich doch auch mit Wasser da unten ist nämlich hochklettern Wasser drin dass du hier vielleicht deine Base aufbauen kannst was ja richtig geil wäre eben die falschen Locations da drüben kannst du hochklettern bauen warum? nein oh, wein gehabt ui, ui, ui na gut, hier ist hochklettern ja, dit ist doch ja, dit ist einfach bloß da ist schon geil, aber boah, ich hab jetzt gedacht ich hab den geilen Scheiß entdeckt da wollte ich euch so zeigen hohoho, schaut mal hier wat ich hier habe äh, dit ist dit hier bloß hier Cliffhanger hier ja, gut dit hätte ja auch wat sein können irgendwas interessant ups wat interessant dit äh ich hab grad den hier sehen aber ich muss erst mal kurz hier sauerstofftechnischerweise was ist denn hier los? es wuchzen blumen dit ist ja cool so dit ist ja die Höhle aber hier war ja auch nüchterne Andritt die hat die K.O. schon ja, gut aber wie gesagt dann ist ja bloß noch äh dit Riesenrad und dann hab ich alles durchsucht äh, so ihr führt alles durchsucht boah, geht mal dit da hinten dit wuchselt ja auch zu und da jetzt hochklettern auch für'n Kumpel ich seh's jetzt sind wir da so in den Klinigkeiten das macht überhaupt keinen Sinn aber ich find dit geil so, hier ist natürlich ich find da alle zu dit ist schon cool so, jetzt gönn ich mir mal ein bisschen Sauerstoff jetzt sind auch eh ein Stück hier sagt Superallegierung kommt mit ja, bei denen weiß ich jetzt auch nicht mehr dit ist, äh alles so äh, so ob ich nicht will dit nicht kommen wir mal hierin ich denke anlaufstelle jetzt noch aber für Pilze aber sonst wirdet ja ein schön duster bei mir richtig naja, gut es ist so dunkel hier ich dachte nicht weil das wo er hier rüber springen muss ich hab doch grad dem montieren gedrückt hat er gesagt hier kannst du dich mal entscheiden das zeigt mir ja nicht möglich was soll denn die kacke ich will diese kiste ich krieg diese kiste nicht was sei denn der blödsinn ich komm da nicht an dieser kiste ran jetzt erst mal rummeckern so was haben wir hier dünger das kommt mit stoff kommt hoch mit ja den rest hab ich jetzt eh zwei stücken brauche ich nicht kommt hoch mit wie gesagt ich will bloß noch den geilen scheiß also warte ich denke was geil scheiß ist jetzt sieht mal kurz hier durch das ist ja geil für mich also Örgang gänge und so genau mein ding wie gesagt hier waren wir ja letztes mal drin da jungen was also bio klumpen sonst ja nischt hier war ja der blueprint drin aber sonst hier erst mal nichts hier verlierst aber auch ganz schön schnell orientierung so ne blub blub nub mal sauerstoff jetzt wird es nämlich radikal nase musst du jetzt stören hier auch hier ist auch nischt also hier ist auch keine nix pils n ditte was war n ditte braucht doch pils blub 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 ah kiste blueprint wahrscheinlich der nächste für unseren grab dann graben wir mal hier ab aber sonst hier ist nichts nö das war hier auch eine null nummer naja gut es hätte ja sein können hätte hätte eine fahrtkette nö auch hier keine pilze vielleicht noch was versteckt hier ist eiferwand ich brauche ja kein kann ja hier jetzt also bin zahrend zahrend trinke nix problem mehr pilze problem naja gut hier zum blechstift hier würde ich jetzt auch noch bürgen wie so eine senke verstecken oder sonst irgendwas was ja sinn ergeben würde und hier ist auch schon wieder so ein ach das ist ja die schlinge schlange büden technischer weise kann mir nicht warum sollten die so ne ok hier das ist noch nicht so schlimm aber das letzte Mal hat das wirklich aus gesehen als ob da irgendwie noch eine Schlange ist oder so was ist da hinten auf der anderen Seite ich hab immer bloß die inner Seite kontrolliert jetzt aber ganz schnell zurück immer schön auf den Sauerstoff achten der erhalten muss stimmen nö halten wir fest hier ist nichts vielleicht ein goldener schnaz oder so nö auch keine goldene kiste der neue sagt hier irgendwie was nö machen wir das hier auch durch da hier sollte ich wahrscheinlich nicht sein geh mal hier weg so haben wir hier vielleicht noch was ist ja alles möglich dass hier noch eine Kiste oder so versteckt ist also ich würde jetzt sagen ich habe jetzt sämtliche fragteile durch ach ja was ist das jetzt für eine höhle ja ja alles entdeckt äh reisendreck mit mit verdammt verdammt ich will das ich will das nicht hier ist noch eine Kiste jay scheiß mich noch heul aber keine Pilze was sei denn das ich muss schon mal da raus schön dass du so was entdecken tust aber sachen die du brauchst erstmal nicht oh also überlegt ob ich noch ein paar sachen abbaue mit mir vielleicht noch mal so ein loft baue aber ich sag mal nö und ist jetzt weiter weg hier ist auch noch mal ein satellit ich bin der piep 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 satellit piep schnell hier rüber aber ganz schnell den pumpen wir nochmal in sauerstoff und dann liegt nochmal kurz bei den satelliten drin aber ich glaube den haben wir schon den hatte schon ja könntest du mal ein bisschen beeilung machen hier ein bisschen trieb schon will er wir haben schon was neu entdeckt aber nicht was ich haben will ich kreie nie was ich haben will dabei will ich das doch so sehr man muss das denn so sein so wie das ist ich mach mal ein bisschen hier aluminium brauche ich jetzt nicht jetzt nicht das wichtigste nicht für ein blümchen wie gesagt 450 ja genau genau schauen wir nochmal in der schlucht aber ich glaube die hatte ich schon ich glaube die hatte ich schon trinken ist das schön nicht mehr zum trinken mitschleppen das ist doch geil mal gucken wie lange dauert bis ich das veränderlicht habe so piep 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 satellite ja 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 immer noch keine pilze ich glaube ich werde keine mehr finden so die befürchtung pilze war gestern normalerweise pilze das erste was wachsen tut auf dem planet aber hier so da sind wir jetzt auf dem weg zurück ich habe mich mal kurz durch den berg gebackt unbeabsichtigt aber pilze technischerweise war jetzt erstmal nicht und wir haben jetzt wirklich alles was mir möglich war und was ich mich ändern konnte abgeklappert naja gut dann muss ich mich wohl damit zufrieden nehmen was ist denn hier los kannst du mal hier aufhören also das ist ja wirklich ein planet hier würde ich aber keinen urlaub machen zwar schöne sachen da aber nicht angenehm also ab und zu mal schöne seiten aber sonst kein urlaub ziel ne ne gut dann werden wir mal kicken aber für den fusionsreaktor brauchen alter wir sind schon bei drei drei gtis bin wieder zu hause insekten yes jetzt wären wir auch noch tot gestochen wie geil ist denn das so äh da muss ich rind kicken äh fusionsreaktor ich brauche fünf kristalle und hier super legion na zum glück hab ich das gefunden ist ja billig ich hab jetzt gedacht das kostet der geile scheiß äh willst du mich verarschen wo soll ich denn jetzt fünf kristalle her kriegen hab ich gerade mal die zusammengeschnorrt gut keine panik ich krieg den kristall zusammen ich hab den ja auch für den dings zusammen gekriegt äh für da naja gut okay also kristall oben da nee da 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 hab ich hab ich hab ich gut dann steckt mir mal so ein atomreaktor hin äh ne infusionsreaktor ist ja noch besser so ein fusionsreaktor ist gerade nicht günstig ey zum glück haben wir noch so viele kristalle gefunden so wo soll ich denn das gute stück hinstellen ich geh mal davon aus dass das ding gar nicht mal so klein ist da fängt mal festhalten das ist ja putzig das ding ich hab jetzt gedacht hier kommt jetzt äh na ich schon panik schweiß und so alter wo soll ich denn das hinstellen und dann ist das so ein kleines glück das ding naja gut äh naja gut dann bringt aber trotzdem nichts trotzdem probleme das irgendwo hinzustellen äh kann ich das auf ein dach hochstellen quasi aus den außen aus den sinne ja eigentlich möglich sein oder halt falsch herren fusion ja tatsache super drohen problem was waren ditte was zum essen so na dann zeig ich mal ist ja lächerlich kickt euch doch mal meinen verbrauch an ist ja na gut halten wir fest drum ist ja kein problem das problem ist gelöst so jetzt muss ich mal kurz schauen ich glaube das war äh das habe ich schon gesagt das dauert noch eine weile warum wird nie angezeigt er bei den maus hat ja nicht doch fast 79 naja ist ja fast janus das ist ja das kriegt ja locker zusammen das ist ja kein problem 500 ist ja ich hab es ja fast 500 ist ja hallo her doc ist ja woche ist wie gesagt wir haben steigt luftdruck biomasse alt naja jute hatte ich ja so vorher so ich hab ja hier nur eins wie pflanzen das heißt ich pull die mal jetzt raus ich glaube das ist eine gute idee wie pflanzen kann ich pläten heißt ich brauche nochmal zweimal davon und der rest war sauteuer brauchte ich ja auch wieder Pilz und allzort ne biomasse den rest habe ich ja oh moment mal mindestens in dings kann ich noch pflanzen das kriegen wir hin warte mal ich hab doch ach nee ich brauche ja proben das ist ja mutagen gehen das krieg aber auch hin das haben wir nicht der pumpen das kriegen wir hin das ist ja kein problem moment 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 ich hab ja da oben paar sachen angepflanzt extra deswegen die pizze sind fertig aber schon so lange will unterwegs muss ja das wird nicht automatisch entpflanzen was wie jetzt was was der herr braucht was 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 prüfen live bilder live on cam das war aber knapp alle neuen grünen bereich er könnte ziehen sehr naja okay gut aber wie gesagt zum glück gibt es davon noch keinen so schaden wenn ich mir überlege so hat fliegt bei uns kernreaktoren technischerweise rin dann ist das schon nicht so schön naja gut okay achso ich brauche ja auch noch Algenproben da habe ich ja habe ich ja noch welche ja jetzt ist doch vielleicht gut kriegt euch doch mal da oben ein ich muss hier arbeiten und das ist so kein arbeiten leute das geht so nicht könnt da nicht mal damit das ist so alt morx hier guck mal was soll denn wer macht denn so was denn weg reich sagt euch ekelhaft das hat ihr sagt das ding ist hier kein urlaubs planet ist voll kacke ist das hier voll die scheiß lage schöner ort und so am popis so ne biomasse fehlt mir aber ich will ja auch bloß erstmal einen hinstellen und das können wir nämlich jetzt machen nur die frage ist wo stelle ich den jetzt hin du brauchst ja wasser du brauchst ja wasser pilze will ich jetzt nicht essen ist aber kein problem ich habe hier ein paar kürbisse oder ein paar bohnen bohnen ist ja besser lecker bohnen dann würde ich mal sagen das stellen wir da hinten auf das macht doch Sinn stellen wir das da hinten auf dann haben wir da hinten hoch pflanzen uiuiuiuiuiuii prügt die schönen grün machen hier so ne wo ist jetzt besser ist jetzt so besser oder ist jetzt so besser bei mehr wasser ich gehe mal davon aus dass in dem bereich bei wasser und so, ne? Entsteigt nochmal um. Ist nie das Problem. So, wo ist denn... 200! Doch, Unterschied. Gut. Ehen sie gepflanzt. Nächster. Gleich unterwegs. Brauchen wir gleich die nächste hin, ne? Siehst du, das Zeug kommt auch immer nicht her. Aber wie gesagt, hier wuchs es nicht mehr. Aber vielleicht werden die auch größer, wenn man in Stufe 2 baut. Ist ja möglich. Eventuell. Ich sag mal so, wir werden es irgendwann mal rausfinden. Bringt es uns jetzt, was, wenn ich am Riesenrad so in den Kind stelle? Ich kann das ja, wie gesagt, ich kann es versuchen. Das kostet mir ja nicht. Außer Superlegierung. Und wir sollen ja den Planeten grün kreieren und nicht bloß eine Fläche. Aber keine Superlegierung. Wacht doch. Dann baue ich noch mal so ein Ding. So, da baue ich auch noch Cheat. Ach nee, ist ja kein Problem. Ich habe ja alle da. Hihi. Hihi. So. Ich stelle das mal schnell hier. Ich bin gleich wieder da. So. Also, ich habe jetzt soweit alle zusammen. Ja. Habe ich. Äh, die Pflanze habe ich ja auch. Die ist ja da. Wo ist es denn? Da ist er. So, die stellen wir jetzt da hinten hin. Äh. Ja. Da müssen wir lang. Äh. Water. Schnell trinken. Aber ist ja auf dem Weg. Sieht aus wie Palmen, wa? Und Früchte. Boah, die kann ich nicht ernten. Die sind schon ein bisschen größer, ne? Cool. Schnicke. Wie gesagt, ich werde das jetzt alles so richtig schön verteilen. Dass ich das auch richtig schön ausbreiten kann. Wie. Wie ein Virus. Naja, wie gesagt. Die Wehe werden immer länger. Da ist nämlich schon ein Bäumchen. Ich habe hier Neujanisch gepflanzt. Ah. Trotzdem. Scheißdruck. Aus den Ranken wären Bäumchen. Wo ich da hinten so ein, äh, Dings gebaut habe. Da ist ja wieder geil. Das ist ja alles umsonst. Aber. Ich muss erst hier. An Mannen legen oder was. Oder wie. Äh, Blümchen. Blümchen da. Gut. Gut, gut, gut. Jetzt kann ich nochmal schnell zurück. Äh. Ist nicht eigentlich, wenn das Wasser so möschig blau ist, dass da mehr, äh, äh, Kalk jetzt drin ist? Oder so? Äh. Glaube, war so, ne? Weiß ich aber nicht genau. Oder du hast ja auch so was bei Backerseen, wo, äh, Ton. Ja, ja, bei Ton hast du denn auch. Oh, weiß das Wasser. Kennt das bei uns damals als Stüppis? Wo wir am Backersee Bahn waren. Da war das nämlich. Ey, da war wirklich das Wasserpuller warm. Und, äh. Ja. So ganz möschig. Und man brauchte nicht in Wasser laufen. Man ist ja rin gerutscht. Naja. Ist, äh, wie gesagt, Backerseen damals als Stüppis. Ey, wir waren Sommerferien immer da gewesen. Also jede Sekunde. Also, im Sommer. Natürlich, ne? Ja, gut, hier geht mal. Jetzt wächst hier bloß die Bäumchen. Jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich so ideal war, das Ding so tief ins Wasser zu setzen. Oder ist das kontraproduktiv? Die wachsen auch nicht mehr. Ich hole das... Äh, so dicht... Äh, so... Ich weh es nicht. Also, so ganz hier fällt mir... Ich hole die draußen. Komm mal raus. Das ist ja... Ich hole dich mal dir... Äh, dich da hier am... Land ran. Nee, das ist... Du hast ja nie umsonst diesen Radius. Dann muss ich das da hinten aber auch nochmal abreißen. Aber das machen wir später. Jo, das haben wir auch. Ich hab grad gedacht, ich bin grad durch... Insekten geflogen. Da waren bestimmt bloß Partikel. Sauerstoff. Äh, das sieht aus. Voll die Disco. Sauerstoff. So, wann ist denn hier... Wann ist denn hier die Plage in Sicht? Äh, hab ich da noch Zeit. Hab kein Schwein. Dann hab ich mir das bloß eingebildet. Gut, also, äh... Wärme hier drin. Biomasse steigt jetzt natürlich hoch. Sehr schön. Wie gesagt, Sauerstoff. Müsste eigentlich hochgehen. Bäume und so, ne? Der Luftdruck steigt jetzt, will er. Da muss ich nochmal ne Rakete zünden. Aber dann bräuchte ich ja auch, weil er den ganzen Schiet. Ich brauch ja zweimal... Biomasse. Alter, die ist ja schon wieder... teuer ohne Ende. Na ja, ich könnte... Mutagen hab ich halt noch. Aber ich hab, äh... Keine Bakterienprobe. Krieg aber hergestellt. Aber super Legierung. Müsste ich herstellen, wie gesagt. Bakterienprobe. Oh, das ist alles so teuer. Das ist alles kacke Scheißen, Dreckenmist. Möchtet bloß mal fest die Alten haben. Ich krieg doch die Pilze ja nicht so schnell. Ah, 86. Mann, Mann, Mann. Tolle Sache. Den Planetengrünen haben sie gesagt. Naja. Da muss ich wohl warten. Das bleibt mir ja noch standen übrig. Aber ich kann ja schon mal... ein bisschen Water holen. Auch egal für die Biomasse und so. Und dann schauen wir weiter. Was? Es ist ein Kampf um die Zeit. Ich muss nochmal nachschauen. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Tut mir sorry, aber... Ich muss tun, was ich tun muss. Riesenrad. Ich komme... Äh... Version V. Siehst du, und da füllt sich immer mehr mit Wasser. Ich glaube, das war eine gute Idee, dass ich das hier nähen gebaut habe. Da muss ich noch ein bisschen erwarten. So. Na, also das Ding wegreißen und neu aufstellen. Nein. Aber wie gesagt. Es wiederholt sich langsam. Obwohl, hier gibt es mal zwei Teile. Ich sehe jetzt nicht, ob es ein großer Unterschied ist. Ich mache trotzdem. Was soll's? Es macht zwar wahrscheinlich ja keinen Walzer, äh, spielt überhaupt keinen Walzer. Aber, naja, gut. Vielleicht ja doch. Bisschen dicht an Wasser. Pass auf, hier ist bloß noch eine Pflanze. Gut. Äh, Sauerstoff. Dann muss ich bloß noch kicken, dass wir hier noch Zeit schicken. Und dann, dass wir dann eben halt die Pilze zusammen kreieren. Dass ich eben halt die Proben herstellen kann. Ja, ja. Hey, das mit den Raketen, das wird langsam... Äh. Nicht schön. Nicht schön. Das ist ja rein hier so Beschäftigungstherapie. Bisschen aber noch nicht hier so insektmäßig Biomasse. Naja, okay. Ist ja Biomasse. Alles, was grün ist... Naja, nicht halt, was grün ist. Aber eben halt... Alles, was hier so wachsen tut, ist ja Biomasse. Logischerweise. Oder was lebt. So. Gut. Was sagen die Pilze? So. Äh. Ich bin jetzt wieder da. Ähm. Ich habe jetzt, äh... Äh, eh mal Probe hergestellt. Ja, jetzt fehlen mir natürlich wieder die Pilze. Die Pilze. Naja, kann ich ja nichts machen. Wenn... Äh, das so ein Mucht ist, das. Ich habe zwei Pilze. Und die brauchen natürlich ewig, bis sie wachsen. So. Und solange das nie fertig ist, kann ich nichts machen. Das. Gut. Hilft ja alles nichts. Ich brauche auch noch... Material. Und zwar brauche ich das da... Ich muss mir auch die Superlegierung herstellen. Das heißt... Ich muss jetzt die ganze... Äh, das... Ich muss jetzt die ganze Schose nochmal hier alles abklappern. Das ist... Das zieht sich alles wie ein Kaujummi. Das ist... Das ist eine Sache, die mir überhaupt nicht gefällt. Aber naja, gut. Man könnte das ja auch einfach machen. Einfach nochmal so... Gehen es wie Pilze finden, aber... Da sagt das Spiel, nö. Mach das mal auf altmodische Art und Weise. Alles ein bisschen langsamer. Mann, 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 Mann. Gut, jetzt dauert das noch ein bisschen länger. Äh, äh, äh. Welche Tasse drückt. Scheißen, Dreck. Na gut. Also würde ich erst mal sagen... Kommt hier raus. Kannst aber auch nicht verarbeiten. E-Mas-Superlegierung habe ich bloß noch. Ja, weil das wenigstens auseinandernehmen könnte. Dann hätte ich ja wenigstens noch einen Sinn. Aber so... Erstmal nicht. So. Ich brauche jetzt mal Aluminium. So, da bin ich auch wieder. Ey, ich glaube, ich brauche ja nicht so viel Aluminium. Da bin ich nochmal Aluminium mitgeschleppt. Hm? Und... Muss ich erst mal schauen? Äh, nee, andersrum. Ist, äh... Du bist ja eigentlich unterwegs gewesen. Du wolltest es ja hier so... Genau. So war der Plan. Ups. Ist ja schon voll. So. Wird sich gleich ändern. Dann ist es gleich leer. So, ich brauche... Legierung. Die ist ja super. Da brauche ich Kobalt, Eisen... Äh, jetzt... Wie gesagt, ich brauche alles. So, ich habe jetzt hier erstmal ein bisschen was umgewandelt. Äh, mehr oder weniger. Aber trotzdem... Äh, warum würden das nicht mehr? Eigentlich müsste ich ja noch ein bisschen mehr Platz haben. Aber irgendwie wird das auch nicht weniger. Aber ich habe jetzt, wie ihr seht, irgendwie mal Superlegierung hingekriegt. Aber dafür habe ich jetzt auch kein... Äh... Silizium mehr. Das heißt, ich werde jetzt nochmal schnell... alles abklappern. Was geht. Und dann... Würde ich mal sagen... Da hatten wir morgen noch ein paar Raketen. Dass wir den Druck ein bisschen hochkrieren. Ja. Und noch ein paar Pflanzen. Und in der Zeit dürfte ich das dann auch auf vier... Äh, auf fünf haben. Äh, wie gesagt... Jetzt... Fängt der Teil an, wo sich das Spiel ziehen tut. Tut und täten. Wir müssen jetzt eben halt Bäumchen von der Innerecke zur anderen Ecke pflanzen. Dass ich dann irgendwann mal T2... Pflanze herstellen kann. Und das dauert. Jetzt überlege ich... Da sind sie. Die kommen bei... 7,5 ppm. Das heißt, ich muss da... Äh... Erstmal Sauerstoff hochkneiden. Da die Wärme geht ja. Wie den Luftdruck geht auch hoch jetzt. Biomasse kommt natürlich jetzt dazu. Aber Sauerstoff muss höher. Das muss alles höher. Und Insekten sind wir bei 0,10% erst. Also, äh... Ich brauche da noch ein paar Bäumchen. Aber ich gehe davon aus, dass wir das auch hinkriegen werden. Ich hoffe, da hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ja, wie gesagt. Dauert eben Zeit, ne? Und, äh... Wir sehen uns morgen wieder. Und dann schauen wir weiter. Was wir hier noch so machen. Äh... Naja, gut. Bäumchen pflanzen. Ich werde hier die ganze Küste lang pflanzen. Oh, weiß ich schon, was ich mache. Na gut, Leute. Dann bin ich erstmal raus. Tschüss.